Ja, Gerd Joachim von Fallowa in Berlin. Wie viele Nächte, möchte ich mal fragen, wollen sich denn die Ampelspitzen im Kanzleramt noch um die Ohren schlagen? Wie sehen denn die Chancen aus, dass die Einigung nahe ist? Diese Frage stellen sich viele hier im politischen Berlin und die Antwort ist auch immer die gleiche. Man wird so lange verhandeln, bis man eine Lösung hat. Denn eins ist klar, den Haushalt 2024 wird man in diesem Jahr nicht mehr durch das parlamentarische Verfahren bringen können. Eine vorläufige Haushaltsführung ist die Folge. Das ist nicht wirklich der große Beinbruch, denn diese vorläufige Haushaltsführung, die haben wir jedes Mal nach Bundestagswahlen. Da der Deutsche Bundestag im Herbst gewählt wird, ist der Haushalt nie fertig. Und deswegen kann man das für ein paar Wochen sicherlich durchhalten. Aber gerade von Seiten der Kanzlerpartei SPD wird immer argumentiert, um Gottes Willen bloß das nicht. Die Bürger, die Industrie, sie brauchen Verlässlichkeit. Aber wie gesagt, jetzt wird es die Ampel sowieso nicht mehr schaffen, das durch das parlamentarische Verfahren zu bringen. Ja, was sind denn so inhaltlich die Knackpunkte? Warum dauert das derart lange? Ja, das war heute sehr schön anschaulich zu hören hier auf der Fraktionsebene. Wir haben ja eben auch die Urtöne eingespielt. Die SPD und die Grünen fordern, dass die Schuldenbremse für 2024 nochmal ausgesetzt werden soll. Das wäre die einfachste Lösung. Die FDP sagt auf gar keinen Fall erneut die Schuldenbremse aussetzen. Und attestiert wird das Ganze von der CDU, CSU, die sich einigermaßen zurückgehalten hat in den letzten Tagen. Aber heute sozusagen der FDP-Argumentation nochmal beigesprungen ist. Friedrich Merz hat ja ganz klar gesagt, sollte die Schuldenbremse 2024 auch nochmal aufgehoben werden, dann würde man wieder nach Karlsruhe gehen. Und das ist ja die größte Angst des Bundesfinanzministers Christian Lindner, dass er dort eine erneute Niederlage kassieren wird. Ich konnte mich eben mit einem ziemlich hochrangigen FDP-Spitzenpolitiker unterhalten und er hat mir nochmal versichert, der Weg muss so gegangen werden, dass über Einsparungen dieses Volumen, das ja nicht so ganz klar ist, Christian Lindner hat von 17 Milliarden gesprochen. Wir wissen alle, dass es auf jeden Fall viel, viel mehr wird, weil der Klimatransformationsfonds steht ja in der Form nicht mehr zur Verfügung. Also müssen mindestens 13 bis 15 Milliarden zusätzlich im kommenden Jahr für diese Maßnahmen ausgegeben werden. Und die Ampel will ja auch weiter gestalten. Im Übrigen geht es nicht nur um den Haushalt 2024, sondern auch noch um den Haushalt 2025. Da müssen viele, viele Milliarden zusammengekratzt werden. Und dieser Spitzenpolitiker der FDP hat mir gerade nochmal versichert, es geht tatsächlich um das Einsparen quer durch verschiedene Haushaltsbereiche und nicht um das Aussetzen der Schuldenbremse. Da sei die FDP nicht bereit, das mitzumachen, zumindest Stand heute Abend. Ja, eine ganz kurze Frage vielleicht noch, wie das Ganze abgelaufen ist, so zäh, wie sich das hingezogen hat. Die FDP, da fordert die Basis jetzt, besser gesagt, sie lässt abstimmen. Die CDU fordert Neuwahlen. Wie ist denn die Stimmung im Moment im politischen Berlin? Ja, in der Tat sehr angespannt. Das hat man auch bei den Fraktionssitzungen gemerkt, die jetzt alle aufgelöst sind. Es gibt überall Weihnachtsfeiern, aber so richtig Stimmung mag da nicht aufkommen, denn keiner weiß genau, wie es weitergeht. Das Szenario, was heute Abend hier hoffnungsvoll hochgehalten wird, ist, dass die drei sich im Kanzleramt nun heute Abend, heute Nacht auf irgendetwas einigen, das morgen früh dann verkünden könnten. Der Kanzler wird erwartet um 13 Uhr im Deutschen Bundestag, eigentlich zum EU-Gipfel mit einer Regierungserklärung. Da wurde uns schon mitgeteilt. Man könne sich aber auch vorstellen, dass der Kanzler dort dann eine Haushaltsrede hält und vielleicht den ersten Tag in Brüssel schlabbert, weil auch viele Nachgespräche dann noch notwendig würden. Also all diese Spekulationen, wir haben ja schon mehrfach gedacht, man sei jetzt am Ziel, die könnten sich auf irgendwelche Streichlisten einigen. Das tun sie nicht. Und eins muss man auch mal ganz klar sagen, Streichlisten bedeuten auch immer mehr Belastungen für die Bürger. Das muss man klar wissen. Das Leben wird in Deutschland teurer werden. Das steht jetzt schon fest. Ja, ich bedanke mich erst mal bei Gerd Joachim von Fallowa nach Berlin. Ja, Gerd Joachim von Fallowa noch mal zurück nach Berlin. Wir haben jetzt vor allen Dingen Vorwürfe gehört. Gab es denn auch was zu den Inhalten, also wie Sarah Wagenknecht zum Beispiel im Osten überzeugen will? Da stehen nächstes Jahr drei Landtagswahlen an und Umfragen sind das eine und dann die Realität das andere. Man muss ja sagen, Sarah Wagenknecht ist im Moment eine von 736 Abgeordneten, eine von 44 Abgeordneten ohne Fraktion. Ihre Volksleute und Sie haben heute eine Gruppe gegründet. Das sind insgesamt zehn Abgeordnete, aber dieser Gruppenstatus muss erst hier im Hohen Hause anerkannt werden. Da wird es voraussichtlich erst im Januar eine Abstimmung zu geben. Das Gleiche gilt dann auch für die 28 Parlamentarier, die sich in einer Gruppe Linke zusammengefunden haben. Und in der Tat hat Sarah Wagenknecht hier heute 50 Minuten lang vor der versammelten Presse, es waren wirklich elf Kameras da und viele, viele Pressevertreter, viel mehr als hier auf der Fraktionsebene. Das war schon erstaunlich. Also Sarah Wagenknecht hat dort vor allen Dingen gesemmelt gegen die anderen. Und wie ich finde, die Chance ausgelassen, noch mal klar darzustellen, wo denn die Unterschiede ihrer Politik zur Linkspartei sind. Denn sie war ja mal Vorsitzende der Linksfraktion hier im Deutschen Bundestag über Jahre. Hatte dann keine Lust mehr, war eine Zeit lang ein bisschen kränklich, hat dann ja zwei, drei Jahre von der Seite immer wieder faul gespielt. Und ihre Volksleute sagen, umgekehrt war das auch so. Also es war ein Hauen und Stechen. Und ja, und dann hat sie einfach kurz entschlossen gesagt, ich gründe dann mal eine neue Partei. Damit soll es dann auch Anfang nächsten Jahres soweit sein. Im letzten Januarwochenende will sie ihre Partei gründen. Und wie die dann bei den Bürgern ankommt, das müssen wir sehen. Sarah Wagenknecht als Person jedenfalls überzeugt offensichtlich vor allen Dingen die Medienschaffenden. Denn so viele Kameras sind selten bei so einem Statement dabei. Ja, nun ist die Parteigründung natürlich organisatorisch, gerade organisatorisch. Ein riesengroßer Kraftakt. Also nicht zu unterschätzen. Und die Europawahlen kommen bald, danach die Landtagswahlen. Also die Zeit ist knapp. Ja, heute war viel von Geld hier rede. Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Da gab es Vorwürfe, dass Ihr Verein schon Geld gesammelt habe aus dem Ausland. Über die 1.000 Euro, die deklariert werden müssen, etc. Sie hat heute selber dazu gesagt, das ist alles korrekt gelaufen. Wir haben Spenden von über einer Million. Das ist sehr befriedigend. Aber das Geld allein ist es ja nicht, wenn man so eine Partei gründet. Sondern sie muss jetzt wirklich Mitstreiter finden. Dafür, wie gesagt, müsste man dann auch politisch genau wissen, was sie eigentlich will. Und vor allen Dingen in Ostdeutschland. Da kommt es ja darauf an, bei den nächsten drei ostdeutschen Wahlen. Da sieht es noch gar nicht so toll aus mit der Unterstützung für Sarah Wagenknechts Bündnis. Und ihr großes Ziel ist ja zunächst auch mal bei der Europawahl anzutreten. Aber all dies wird man nur schaffen, indem man nicht als Einzelkämpferin tätig wird oder mit 20, 30 Leuten. Sondern da müssen dann viel mehr ran. Und daran arbeitet man jetzt im Hintergrund. Und das wird entscheidend sein, ob man genügend Verstärkung kriegt eben an Menschen, die sich auch dann für diese Sache engagieren. Ja, schönen Dank für diese interessanten Informationen. Gerd Joachim von Falluach nach Berlin. Gerd Joachim von Falluach nach Berlin.